Achtung! Für diesen Task braucht ihr einen Marker. Der Task Last Farewell. Gebt euch zur Landezone Charlie 3. On the Landing Zone geht ihr durch den Wald zum abgelegenen Haus. Dort findet ihr die Leiche und markiert diese. Geht zurück zu Landing Zone Charlie 3. Viel Spaß in Grey Zone Warfare, euer Küni. Untertitelung des ZDF, 2020